Was habe ich mit der Zukunft einer Welt zu tun? Ich weiß es nicht. Doch zwei Gedanken brennen hell und klar. Dass ich ein Kind weggeworfen habe und dass ich Lord Mokshi fallen sehen will. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Von welcher Welt kommst du? Wie heißt sie genau? Ich bin von Mokshi. Und ich werde dir die Welt bringen. Ich bin von Mokshi. Ich bin von Mokshi. Ich bin von Mokshi.